kann man ja was kaufen ach so sie sind sicher dass sie diese anteil erwerben möchten was heißt das wer hat alle anteile 800 kann sogar anteile kaufen das ist okay natürlich auch nicht mehr weg weg hallo doch hier mit eurem mini schiff mal guck mal sagt hallo kriegsschiff meldet sich zum dienst habe ich noch mehr davon die waffenruhe wurde beendet die waffen wurde beendet wusste man kann jetzt hier sie übel schnell es geht noch schneller ist mit dem wind oder kriegst du nicht diesen übel schnell die kleinen schiffe da kann man nicht jemand anders jagen wir probieren es klar in großen brech mal ab die rute dass die mal fahren alle es gibt es rache weil mir was kaputt gemacht hast ja ich bin mir durch den argen ausweisen kommt papa wie man das schießt aber bestimmt übel zum geteck wenig was 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 stand da sich der insel anteil ich hätte helfen alle geschütze laden 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 die geschütze wieso schießt er nicht jetzt gucke ich mir das an du hast aber ein paar dicke dinge dinge die alle übelste weiter warte 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 ich mal gucken wie das schießt alter 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 Boah, ich geh auch schnell. Hä? Warte mal. So. Neun. Boah, die sind übelst schnell, Alter. Am übelste Reich, Alter. Schwierigstück gespeichert. So, die Rache ist süß, Alter. Ich weiß nur, wenn du Krieg führen willst. Na, die haben so welche kleinen Frikatten. Boah, aus solchen Kronen. Ne, die sind am besten. Die können aber nicht so viel laden. Können die eigentlich viel laden, sag mal? Ja, die können voll viel laden, Alter. Oh, ja, meine... Oh, ja. Ich weiß nicht, wie viel Schiff ich überhaupt bauen kann. Steht doch nicht da, wie viel Schiffe man bauen kann. Linienschiff. Steht nichts da, wie viel man... Ich glaube, man kann... ...fünf wieder bauen. Oh. Hm. Keine Ahnung. Das ist natürlich praktisch. Bei denen oben mehr Schiffe, Alter. Das ist nix. Verpasst Ihnen die volle Breitseite. Mal, mal, Diplomatie. Hm. Wenn du hier so guckst, alles voller Schiffe, Alter. Na, nur konnte man immer früh und begrenzt, also so viel mal machen, wie man Bock hatte. Augenblick mal. Ist das nicht eins von... Neue Befehle? Neue Befehle? Ja, jetzt ja. Warte mal, wir gucken mal. Stadtfest. Oh, hier. Oh, schön. Boah. Ist ja mega. Oh, wie schön. Oh, schön. Karneval. Oh, schön. Oh, schön. Boah, das ist natürlich super. Ja, und ab. Du haust ab, du Schisser. Ach, guck mal. Komm. Steuermann. Schiff unter Beschuss. Boah. Hau uns ab, hä. Ich kann auch ein paar Verstärkungen holen. Zoom. Boah, ordentlich rein, Alter. Was ist denn das hier? Die Feierlichkeiten sind beendet. Hohoho. Boah. Komm her, Alter. Ich reiße. Beidesformation. Uuh. Weißerick. Alle Schützeladen. Nee. Und tschau. Boah. Was ist denn das hier? Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Treibgut, Alter. Oh, dir das treibt gut. Alter. Was ist denn das hier? Noch mehr? Was? Okay, keine Ahnung. Boah, ich mach euch kalt. Also, die wohnt hier irgendwo? Wo wohnen denn die Inhibierer? Hier unten, ne? Ne, was ist das hier eigentlich unten, ne? Was ist das hier? Ne, ne. Volle Segel! Oh. Oh. Was? Ich will nicht sterben, aber... Was traibt man jetzt? Beziehung? Bezahlen? 80.000? Nö. Ich bezahle hier nicht, Alter. Ich werde hier nicht bezahlen, Alter. Oh, guck mal, sind das wieder Flüchtlinge, oder was? Oh, welche Waren sind das diesmal? Schiff vom Stapel gelaufen. Flammensprüher. Hm. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mal Flammensprüher mit. Weiß ich, was das ist. Was ist das? Schaden pro Schuss. Boah, geil, Alter. Mega. Dauert ein bisschen. Kann wahrscheinlich noch Sex machen, oder so, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Bauen davon nur große, Alter. Was ist das? Oh. Rum. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Fahr mal. Oh, oh. Mach mal hier. Ja, Leute, aber was ist denn los? Wir hatten jetzt nicht genug Zeug. Warum tut das jetzt so sinken, Alter? Das ist alles klar, Stapels. Das ist doch alles super. Was wollen die jetzt haben? Hm. Boah, das ist übelst krass, Alter. Au, Mann. Das ist immer bei 97.000, Alter. Geil. Boah. Können wir noch eins kaufen? Wie, weil wir nur so einen Hafen bauen, Alter. Du, mein, ich baue so einen Hafen, Alter. Nee, Hafen. Gibt's noch größere Häfen? Reparatur? Anlegestelle? Nee. Besucherei? Brauchen wir nicht. Hier. Hafen. Depot. Geschütze. Segelwerft. Die brauchen bestimmten Wege. Die kriegen den Überseil unter. Das Militär wird immer bevorzugt. So. Genau. Genau. So.